mein leute und herzlich willkommen zurück zu let's play harvest moon für den super nintendo im letzten part nicht wirklich viel passiert haben wir uns halt ganz normal um die farm gekümmert und so weiter und in diesem part werden wir uns ein wenig um die affection score darum wie sehr uns mag kümmern ich habe mich da mal ein bisschen informiert ich habe ein bisschen arbeit betrieben was das angeht und diese affection score arbeitet bei eve ein wenig anders als bei den anderen mädels normalerweise ist es so dass wenn man zusammen mit seiner frau schlafen geht dass dann der affection score um zwei steigt bei eve ist das genau umgekehrt der sinkt um zwei weil eve hat so ein kleines ja so ein kleines psychisches problem sage ich mal weil sie eben auch von ihren eltern verlassen wurde und da hat sie jetzt kein allzu großes vertrauen sage ich mal und ja aus irgendwelchen gründen sinkt da eben auch die die vertrautheit sage ich mal im deutschen wenn ich gemeinsam mit ihr schlafen ins bett gehe und nicht nur wenn ich nach ihr ins bett gehe bin ich ein bisschen merkwürdig aber gut dann ist das halt so mit der information kann man aber arbeiten wenn ich das jetzt erstmal weiß dann muss ich halt aufpassen dass ich vor ihr ins bett gehe weil also wenn sie gerade nicht im haus ist weil dann ist das plus minus null an der stelle von daher da gibt es dann keine probleme und jedes mal wenn ich ein ei schenke zum beispiel dann steigt der wert um 4 das heißt ich habe das entschuldigung ich habe das mit den eiern dann sowieso schon immer ausgeglichen wenn ich ihr ein geschenkt habe dann habe ich die minus 2 die ich eventuell bekommen haben könnte definitiv wieder rausgeholt aber ich möchte natürlich auch dass sie schwanger wird dass sie ein kind in die welt sitzt dafür braucht sie mindestens einen vertrauenswert von 450 er ist bei ja etwa sieben herzen in ihrem tagebuch erreicht wenn ich mich noch recht entsinne als wir das letzte mal reingeguckt haben waren wir bei sechs herzen also die sieben herzen sind bei 400 und acht herzen sind bei 500 deswegen ist das ein bisschen schwer abschätzen ich bin jetzt hier alle eier die wir die wir jetzt in der heutigen folge bekommen bin ich erstmal zu ihr und werde dann auch mal in ihr tagebuch reinschauen wie das dort dann aussieht mein ziel ist es an sich auf neun herzen zu kommen glaube ich moment die neun herzen waren anders zu 700 bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher muss ich sagen jedenfalls auf einen affection score von 650 weil da wird sie dann mit dem zweiten kind schwanger und das will ich natürlich nach möglichkeit erreichen noch bevor das spiel hier durch ist und dafür müssen wir halt ein bisschen was tun an der stelle wie gesagt jedes mal wenn ich ihr ein ei schenke erhöht das den affection score um vier das heißt bei den zwölf eiern sind das schon mal 48 das ist schon mal eine ganze menge und dann werde ich auch noch in die berge gehen und ihren paar blümchen holen das erhöht auch noch mal eine blume erhöht um acht ja also das ist noch mal doppelt so gut wie ein ei aber aber ja ja sind und schnell dann geschafft sag ich mal der weg ist nicht weit und ja es sind eben bis zu zwölf am tag und dadurch kann man das natürlich sehr schön in die höhe treiben und genau das werden wir machen weil das ist mir auf jeden fall wichtiger als da jetzt das geld das geld kriege ich auch so noch mit anderem zeug zusammen das ist kein problem aber der affection score muss eben hoch sein ansonsten wird das doof ja warum der wirklich sinkt wenn man mit ihr zusammen geht geht sehr finde ich persönlich sehr merkwürdig aber eva ist halt keine leichte eine leichte frau auch wenn es sehr sehr leicht ist den affection score so hoch zu treiben dass sie einen heiraten möchte danach wird es komplizierter aber nachher noch ist sie uns nicht weggerannt das heißt noch war der affection score nicht unter 200 das ist schon mal ganz praktisch so ok machen wir hier weiter und wir kommen ja ganz gut voran aktuell so viele eier sind nicht mehr da im hühnerstall könnt ihr auch die milch bringen aber die milch bringen dafür zu viel geld wenn ein ei das sind eben 50 gold die ich jeweils verschwende in anführungszeichen das ist mir ziemlich egal die 350 von der großen milch oder auch die 250 von der kleinen milch sind wir nicht sogar muss ich ganz ehrlich sagen ja also da ne und dann hier noch ok noch drei stück insgesamt das kriegen wir noch hin das haben wir gleich und dann noch die kartoffeln aber ernten die da gerade auf dem feld schon fertig sind dann haben wir dadurch noch ein bisschen noch ein bisschen mehr einkommen und dann ist das alles in ordnung und dann ist das alles in ordnung die ich noch bekommen kann ähm und das sind jetzt alles events sag ich mal wo ich das kriegen kann von daher da kann ich jetzt spontan noch nichts machen ja das ist ähm ich glaube das hat jetzt mit drei festivals zu tun ähm und eins davon wird ein bisschen was kompliziert muss ich ganz ehrlich sagen ähm weil da muss ich dann entweder einen Fisch oder sonst anderes weiß ich jetzt gar nicht mehr ähm ja das angeln das kostet so viel zeit da kann es theoretisch passieren ähm dass wenn ich den Fisch habe äh es schon zu spät ist um da noch zu fest zu gehen ähm deswegen das muss man dann mal gucken oh immer noch nicht fertig ok dann also jetzt doch nicht hier ähm na doch nicht äh doch nicht abernten na gut dann werde ich mir die hier noch mitnehmen und äh wie sind sie ähm ja so natürlich weil hier unten dürften nochmal zwei Grasfelder fertig sein äh fertig sein so und dann hier noch mal ein bisschen mit der Hacke raufhauen so so und hier und hier und hier und hier und hier und noch einmal noch einmal und das ganze da ist noch ein bisschen zu erweitern ja ja ich hab's kapiert du bist kaputt das ist mir aber gerade vollkommen egal weil du kannst auf jeden fall noch ein bisschen und das werde ich ausnutzen jetzt kannst du nicht mehr schade die letzten beiden fehlen noch ist naja egal so kann es gehen steckt man halt nicht drin den schlafen zu schreiben ja noch mal ja okay dann sollten wir jetzt aber hier unten ernten können alles also nicht alles aber zumindest die ersten ja 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 na 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 da reiten wir jetzt ein bisschen nach unten so 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 und so und dann die hier noch wunderbar so dann haben wir das schon mal jetzt auf der rasen oder das war nicht fertig gebraucht noch ein bisschen aber hier können wir auf jeden fall schon mal wieder auf kloppen das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus wenn wir uns wieder um die kür kümmern und danach wieder eier zu eva bringen und da heute ein montag ist genau kann ich auch ja die milch dankeschön ähm ist die bar dann auch wieder offen auf den abend und ich kann da dann wieder in das tankbücher nicht ab 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 sprechen und bürsten, sprechen und bürsten, immer sprechen und bürsten sprechen und bürsten sprechen und bürsten, sprechen und bürsten, sprechen und bürsten, sprechen und bürsten da ist es jetzt gerade ein bisschen mit mir durchgegangen, entschuldigung, oder so so, einmal, und einmal, so, und dann nochmal zu den dummen Hühnern und nicht nur, dass jetzt die Hühner im Weg sind, nein, die Eier liegen auch im Weg, aber ich will erstmal füttern und dann die Eier zu Eva bringen, das empfinde ich persönlich als weitaus effizienter beziehungsweise was heißt effizienter, aber dann vergisst es mich nicht zu füttern und dadurch wird es effizienter, weil dann legen sie morgen auf jeden Fall auch wieder alle Eier was sonst nicht passieren würde naja und ähm, ja sehr schön die letzten zwei stück futter, ne, da stellen sich mir nochmal alle in den weg wenn ich steine, äh, na keine steine, aber Hühner in den weg gelegt hm oh ok ev 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 genau 8 herzen und 8 herzen müssten 500 sein 9 herzen dann 600 und 10 herzen 800 das heißt effektiv da muss irgendwas zwischen 9 und 10 herzen anteilen am besten natürlich 10 einfach sicher zu sein und ja einfach nur damit ich ein bisschen wenn ich nachher eine stadt hier kurz bei der bei der bei der welche vorbeischauen können um zu sehen wann das nächste fest ist nicht dass ich das verpasse es wäre schlimm jetzt sind wir hier jetzt ist sie im schuppen gut meinetwegen ich zum schuppen ist sogar kürzer von daher als noten in verkackt wie es aussieht weil egal mal geht das noch jetzt aber kommt weil wenn sie nicht darauf antworten dass reagiert ich schon aus dass es nicht bekommen hat so das sieht doch besser aus dann sind noch so viele egal es muss sein es muss sein mit zwei kinder haben in das spiel sind dann da wie sagt man jetzt hier durch sind dann werde ich erst mal kurz in die stadt gehen in der kirche nachzuschauen wie es aussieht mit feiertagen aber wann das nächste fest ist und danach wenn noch zeit ist werde ich in die berge gehen und noch die ein oder andere blumen für sie holen ja so machen wir das ok bitteschön und dann waren es noch drei wenn ich es richtig gesehen habe 1 2 3 ok da könnte noch ein vierter sein unter dem einen huhn bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher wo die wo die eier standardmäßig liegen dann sind sie jetzt nacht ich mir noch zwei gut und wir haben dann nicht als viel geschafft in dieser folge aber die spielmechanik noch ein bisschen näher bringen das ist ja auch was schönes und wir treiben ja dann auch die letztendlich die punktzahl die ich am ende bekomme in die höhe und auch das ending weil beim ende da gibt es mehrere kleine cutscenes und ja unter anderem hat sie es wenn man ein oder zwei kinder hat das will ich natürlich erreichen es ist natürlich die mit zwei kindern wenn es nur eins wird gut dann ist es halt so ja aber gar kein völlig blöd muss ich ganz ehrlich sagen von daher haben wir halt auch was dafür getan dann wollen wir hier noch mal springt dann aber hier noch ein bisschen und so dann jetzt als erstes war das jetzt weil es mittag gesucht wird oder das wird also nichts von mitten bergen na gut weil wenn ich dann zurück bin dann kennt sie schon das wird also nichts mit dem 23 kann sich der nächsten gut mehr wollte ich gar nicht wissen schön dann werde ich immer noch ein paar rassamen kaufen ich muss überlegen wie viele brauche ich 3 4 6 12 so viel dann holen wir erstmal 6 so 1 2 3 4 dann haben wir das schon mal und dann jetzt nur noch ein bisschen zeit vergehen lassen bis dann die bar aufmacht aber dann zeigt mal her wie der effektion store gerade ist wir sind bei 8 herzen sehr schön ok das ist gut 8 herzen ist super dann wird das jetzt auf jeden fall was mit schwanger werden das gefällt mir sehr na denn wie sagt jetzt dunkel damit war aber zu rechnen dann sind das jetzt hier nochmal minus 2 weil ich nach ihr ins bett gehe das ist echt dumm aber naja was soll's wir haben den effektion score ordentlich in die höhe geschossen und dann doch gleich mal nachschauen ob sie schon was dazu sagt ach ja denkst du dir einen namen für das baby aus sehr schön ok hat alles funktioniert so wie ich statt der schätzelein gut na dann bedanke mich fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao ciao